Das ist Herr Müller. Herr Müller ist Techniker. Er ist 1,70 Meter groß. Äh, hier stimmt was nicht. Bitte zurück. Herr Müller ist 1,78 Meter groß. Die Menschen werden auch immer größer. Herr Müller ist in seiner ergonomisch ungünstig eingerichteten Küche. Irgendwas stimmt nicht. Er schnippelt auf einer zu niedrig angeordneten Arbeitsfläche seiner Kochinsel. Und da sind schon die ersten Rückenprobleme. Von der Oma hat Herr Müller einen superschön hohen Topf geerbt. Leider passt dieser Topf in keine Schublade. So macht Kochen keinen Spaß. Da kommt Frau Gerber, Küchenplanerin bei Veriset. Sie zeigt ihm. Eine Arbeitshöhe von 90 Zentimetern ist für Herrn Müller zu niedrig. Durch diese Anordnung der Kücheninsel geht Platz verloren, der besser genutzt werden könnte. Sie setzen sich an den Küchentisch. Und Frau Gerber zeichnet die fünf Funktionen einer modernen Küche. Erstens, bevorraten. Zweitens, aufbewahren. Drittens, spülen. Viertens, rüsten. Sind die Zonen richtig angeordnet, spart dies Wege und Zeit. Die richtige Arbeitshöhe sorgt für bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten. Und das Wichtigste, durch das Verdichten des Stauraums entsteht neuer Wohnraum. Zwei Wochen später. Herr Müller beim Kochen in seiner neuen Küche. Veriset hat die Küche ergonomisch optimiert und verdichtet. Die Arbeitshöhe beträgt jetzt 95 Zentimeter. Und Herr Müller hat durch die Optimierung der Anordnung die Grundfläche der Kücheninsel rund 1,5 Quadratmeter als Wohnfläche hinzugewonnen. Ohne dabei Stauraum verloren zu haben. Es klingelt. Frau Gerber steht vor der Tür. Sie hat ein Geschenk dabei. Einen Kochlöffel mit Schleife. Gemeinsam verschauen sie diesen in einen Schub. Frau Gerber räumt eine Küchenmaschine von einem falschen Platz an den richtigen. Mit der optimalen Inneneinteilung der Auszüge und Schubladen lässt sich die Ergonomie weiter verbessern. Ebenso mit der richtigen Zuordnung der Staugüter in die entsprechenden Zonen. Statt des kleinen Esstischs, an dem die beiden zu Anfang saßen, hat nun ein größerer Esstisch in der Küche Platz. Dort sitzen die beiden und stoßen auf das gelungene Projekt an.